ich glaube ich habe soweit alles ich kann hier das machen weil ich davon zwei habe das kann ich dann vielleicht bündeln von dem anderen habe ich auch zwei das hat ja gar keinen set-effekt hier vierteile ich vierteile ich an hier passt irgendwas nicht das hier ist ein jäger aus dem gletscherwald das passt nicht die niederstrahlenden sterne weitere vom palast der reinheit das ist alles komplett durcheinander ich würde mal hier weitermachen bei den wanderer der vorbeiziehenden wolken weil ich den eh schon gepimpt habe wanderer der vorbeiziehenden wolken ja wo bist du noch mal hier im guide wanderer der vorbeiziehenden wolken ein liegt hier ja musketierwanderer der ist das höhle der fahrt des treibens dann machen wir dreimal und dann haben wir unser zweimal schon verbraucht doch klufe sind 40 ist auch nicht wenig klufe sind 40 ist auch nicht wenig Hm. Das ist der Spezialmechanismus. Ich versuche da unten mal mit diesen Symbolen unter den Leisten. Die springen dann von da unten, die wandern von rechts nach links und dann springen die jeweils nach oben. Jetzt kriegen sie einen Feuerangriff. Ist das Schild irgendwie gerade aktiv? Jetzt scheint die Fertigkeit runter zu gehen. Und sie sind irgendwie nach rechts wieder gekauft. Und wenn was runter geht, ist das wahrscheinlich ein Flug von dem Monster da. Das ist... Ah, mach gleich nochmal. Das ist wahrscheinlich wichtig zu wissen. Soll ich jetzt mal eine Verteidigung machen oder nicht, ne? Warum hat die eigentlich immer so ein Flug ist? Das ist großartig. Was ist das wichtig? Im Moment... Wie ist das, wie ich bei dir fällt? Hi. Ja, da spiele ich nicht ganz einfach so durchschauen, da gibt es so viele Regeln, allein wenn man guckt wie viel Währung es gibt, da gibt es die Credits, dann gibt es die Chills, dann gibt es diese Erda Dinger, dann gibt es ebenso Simulator, dann gibt es diese Trailblaze, um die Dinger hier zu machen und das sind schon vier und ich glaube es gibt noch zwei mehr, Terris hatte ich schon, oder? Dann gibt es noch die Wave Passes und die Warps und, ach, das hört gar nicht auf. Ich glaube die Leute, die sich was gegen euch Geld kaufen, die wissen gar nicht ganz genau, was sie da kaufen, oder? Komm gleich nochmal, wir machen die letzten 40 auch noch, die meisten. Das kannst du ja studieren, das Spiel. Du musst nicht immer bis zum letzten Augenblick warten. Oh mein, mach! Tag in 12! Hey! Orschlatch! Survive or be destroyed. There is no way a choice. Dance! Forward! Yes! Tag in 12! Die McDiamond, es ist alles dein! Time to curl! Survive or be destroyed. There is no way to choice. Rance, power! Das macht man fertig. N beim Scheumrin. Ne, ich hätte nicht mehr einen Punkt. So. So, da hat es jetzt ordentlich Zeug gegeben. Jetzt will ich mal gucken, dass ich die hier ausstatten kann. Reliktemäßig. Was ist denn, wenn ich... Mäh, weg. Ah, geht das schon wieder los. Ich brauche was von dem Wandererzeug. Okay, Wandererzeug. Äh, lauter Hüte habe ich gekriegt. Was ist das hier? Das ist irgendwann Wandererzeug. Und was ist das? Zweierwandererzeug. Was ist das? Das ist Ritterkacke. Das ist ein Diebzeug. War noch nicht gereicht, ne? Ich suche zumindest zwei vom Wanderer. Und hier was? Da hat er mir ganz viel von gegeben. Dann überlege ich doch fast, ob ich... da nicht auf... äh... Und das ist kein Wandererzeug. Doch! Okay. Und dann möchte ich hier vielleicht noch ein... irgendwas mit Wanderer. Wanderer... auch ein Vierer. So. Jetzt habe ich hier ein Vierer-Set von den Wanderern. So ist das viel schöner. Und für die Mitte habe ich halt nichts. Und den Rest... können wir unsere Figuren hier aufpimpen noch. Eigentlich brauche ich die anderen Vierer auch nicht mehr, hm? Weil ich habe ja jetzt schon alle. Alle verteilt. Alle verteilt. Alle verteilt. Wir verteilt. Mir geht nicht. Und der ist irgendwie abgeschlossen. Warum ist der gesperrt? Eine Ahnung. Was ist denn, wenn ich jetzt hier auf Verwerten gehe? ist nicht gesperrt ist aber gesperrt warum weiß ich nicht dann werde ich nie wieder los für die idola muss ich mal gucken wo ich das zeug herkrieg bestimmt in einem anderen irgendwie habe ich noch namenlose ehre ja genau darum habe ich das ja gemacht damit ich meine 150 trailblazer und jetzt habe ich das hier die tagesmission abgeschlossen und für die wochenmission 8 ball höhle der korrosion 1000 trailblazer haben wir noch drei tage zeit und die saison mission eigentlich nicht mehr so viel dann gibt es belohnung 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 belohnungen so können wir uns mal wieder um missionen kümmern jetzt bin ich schon wieder so lange um das zeug zusammen zu kriegen das ist immer langweilig ich mache weiter mit dem göttlichen wiederauferstehung verzerrt das gleichgewicht da muss ich hin und tja wo war ich denn was sind das hier eigentlich für navigationskompassen jetzt muss ich hier darauf und danach da ein bisschen die story weiterkommen so wo muss ich lang hier und dann da hinten ich stehe irgendwie rüber teleportieren die ganze schütze habe ich schon eingesammelt was ist denn das in der tür wo soll die denn passen doch und dann ist da ein freund ein freund ein freund ein freund ein freund ein freund die sich wahrscheinlich nur gern regeneriert aber hier ist ja hier ist ja hier ist ja hier ist ja dann kommt schon wieder so ne kampfmusik ist das ein großer schatz der da ist? ist das ein großer schatz der da ist? nä das sind einfach nur feinde ohne kiste naja es gibt ja hoffentlich irgendwelche ips man ich kann mal da unten gucken vielleicht schau ich dann doch irgendwann mal das Kampfsystem ja ein gigante jambona Da ist was zum Spiel! Da ist was zum Spiel! Das heißt es müssen... Es müssen alle vier? Achso! Ok! Dann müssen wir den hier drehen... Warte mal! Jetzt muss ich da irgendwie rein drehen! Warte mal! Wie trägt er denn da rein? Warte mal! 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 weg aus dem weg, ich bin zu meinem hexagon, ich meine zu meinem würfel kann doch da nicht irgendwie ungelöst rum stehen bleiben, ich will die nächste mail von denen das ist ja dasselbe wie vorher, ja nur eine andere konfiguration ok der muss da irgendwie mit rein ich den jetzt so drehen und wo sollen die, die Platten sollen nach oben, ok dann muss ich den da jetzt x x ja, wie wir das Ding so, wo muss ich jetzt hin jetzt da oben ja, aber die musste ich ja noch mitnehmen, die kann ich ja da nicht liegen lassen gibt's da vielleicht auch noch einen auf der Seite mhm, die sind ja zum Glück auffällig denn übersieht, übersieht man nicht so schnell x 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 So, und jetzt, äh, Y und Y. Fly, little bird, to Hiroshima. What have you missed me? Ah, ah, 1, 3, 4, 1, ah, don't get started. Ah, come, ah, 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 ah. Ah, 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 ah Das war's für heute. Und... Power! Tiger's World! He? It's a diamond! It's almost yours! Neutrann nicht 3? Aber gerne doch! Dankeschön! Ne, steht noch ein Feind aber... Ist da ein Rätsel? Sieht da noch aus... Sieht ein bisschen aus wie... Ich will es halt nur am Alexella-Platz in Berlin, oder? Sieht ein bisschen aus wie... Ich will es halt nur am Alexella-Platz in Berlin, oder? Ich glaube, dass es ein Feind erläutig ist. Ich glaube, dass es ein Feind erläutig ist. Ich glaube, dass es ein Feind erläutig ist. Die Stellarons nicht aus dem Wasser herausgekommen. Jemand hat es geschafft, um es auf den Barsch. Wie bei den Kulpraten hinter dem Lefus... Ich glaube, dass wir mit den sogenannten Disziplen des Sanctus Medikus... ...die schädigende Organisation der Denizenden von Abundanz. ...Kafka's revelations confirm my suspicions. Ihr... ...general...